Kennst du die Benz-Baracken? Natürlich, ich wohne da. Ruhig bleiben? Wie ruhig bleiben? Was ist mit dir los? Hey, ruhig bleiben. Du bist in der falschen Show. Kommst du aus den Benz-Baracken? Du bist da aufgewachsen. Oh, geil. Ey, guck mal, Premiere, erste Show, direkt einer, der mir direkt sagt, nee, kein Bock. Wie heißt du denn? Hallo Stefan. Stefan, guck mich an mit, wenn du so weitermachst, kriegst du auf die Schnauze. Wo kommst du her? Speyer. Das ist witzig. Erst Wichshausen, dann wird gekotzt. Das ist doch mega. Super. Wo ist Speyer? Ja, geil. Wo ist Speyer? Ja. In Rheinland-Pfalz. Wie viele Kilometer bist du dann gefahren? Fragst du gerade deine Freundin? Wie geil bist du denn? Wie lange sind wir gefahren? Ich weiß nicht. Seid ihr denn zusammen hier? Seid, bitte? 70. 70. 70 Kilometer. Ach, 70 Kilometer. Oh, Gude, grüß dich, Große. 70 Kilometer. Woher weißt du das so genau? Wir sind auch von Speyer. Wir haben es nicht so mit der Grammatik. Wie heißt du mein Freund, der gerade so sitzt? Stefan. Ah. Du lügst, oder? Wirklich? Nein. Mit F? Wie geil ist das denn? Memory. Ich habe gewonnen. Geil. Bist du mit dem Mercedes hier? Wirklich? Die Benzbaracke? Es macht alles Sinn.